Bei ihrem Artgenossen ist der Tisch fürs Abendessen reich gedeckt. Papageienfisch steht auf der Speisekarte. Krabben sind schließlich keine Vegetarier, auch Aas wird gern genommen. Der Fisch bedeutet ein üppiges Festmahl und diesen Leckerbissen will sie mit niemandem teilen. Sicherheitshalber macht sie sich lieber aus dem Staub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017